ja hallo und herzlich willkommen bei gaming hd heute mit einer weiteren folge let's play gda5 und dann machen wir einfach da weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben so wir folgen ihr seht es ja auch schön angeteigt wo ihr langfahren sollt nicht all zu schwer folge der gelben markierung sag ich mal schön aufpassen dass wir hier im moment keine langschäden ans auto machen vielleicht mal auch mal ab und zu mal bei rot anhalten ansonsten sind ja anbilden hier der pure luxus so schauen wir mal das ist ja glaube ich unsere die holsten man shit it's good to be home wassup can a low come up in your crib man fuck you i'll see you at work oh nigga don't hate me cause i'm beautiful nigga maybe you got rid of that old yee yee ass haircut you got you can get some bitches on your dick oh better yet maybe tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon da sind halt so diese anfangsgeplänkel hier oh da sind wir mal zuhause oh hier hier we live on top of each other and it ain't right shoo shoo get on out of here okay baby i see you at the thing you here i was on the phone boy don't be listening ja ihr könnt ihr wenn ihr gerade Bock habt ein bisschen ein bisschen Fernsehen und so weiter und so fort und hier ist euer Bett da schlafen wir jetzt mal ganz kurz schnell speichern auf dem Handy geht natürlich auch so hier können wir Kleidung wechseln auch sehr schick naja wir müssen mal wieder duschen wir müssen mal wieder duschen ich will da eigentlich in mein Bett jawohl ich will nämlich mal speichern ja ja guck mal mal neuen Spielstand ja machen wir doch glatt so raus gehts wieder aus den Fädern auf 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 oh da ruft noch jemand vor auf 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 Hey what's going down? The market my boy! Liquidity is a bitch! Get over here so I can give you the new repo list! Alright dawg, I'll be around when I get a chance. So, da oben blinked ne S, Double Simon was von uns. Ist es nicht all zu weit weg? Wollen wir mal unser Kaffee da raus? So, da oben ist es frisch, genau. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Ist ja nicht allzu weit weg. Einmal hier aufs Kaffee. Da sind wir schon bei ihm. Bei dem grünen S da oben, glaube ich. Irgendwo ruft man doch auch die Map auf. Ja genau das wollten wir doch. Eigentlich kann man da auch den Weg markieren. Jetzt würde ich mal gucken. Auf der Playstation Link ist das eigentlich wunderbar. Ja, da will ich hin. Los. Geht glaube ich noch nicht. Okay. Ja da unten. Wegpunkt. Ja da ist es doch. Geht doch. So wie gesagt. Da könnt ihr einen Wegpunkt setzen. Zarte raus. Dann zeigt er euch die Fahrstrecke. Fahrstrecke. Anfahrstrecke. Geil. Schönen. Schönen. Schönen nicht zu lange hier arbeitet. Da brauchen wir hier mal ein bisschen besitzt. Was man so besitzt nennen kann. Komm ich wiederhole wo. Ja guter Lackschaden. Gebt ja gleich Asshole. So und dann rein hier in die öle Stühle. Hey was so Simeon. Mein lieber Junge. So gut zu sehen. So gut. Und dann wollen wir mal gucken was er von uns will. Wir haben jetzt schon ein paar Monate gearbeitet. Das ist weshalb ich sehr erheblich zu erinnern. Dass du. Dass du. Die Arbeit des Jahres. Ja. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Es war nicht leicht zu wählen. Ja. Ich. Lamar. Dein nephew Sacha mit der Twitch. Look man it's been a real honor homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what my boy. You tell me exactly what you want. And I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow. Together. I never had a black son. But if I did I want him to be just like you. No. No. He is a real honor. What's up buddy. What's up dude? What's up dude. Franklin here has been awarded employee of the month. Ah. Angestellter des monads. Na toll. You fucking with me right. Man we both being fuck with dawg. Man knock it off man. For real after all the motherfucking work I put in man. Man fuck this employee of the month shit homie. Ich sitze hier hier, versuche ich uns ... Was bedeutet, f***er dieser Arbeit in einem Monat? Wenn es etwas zu sein, ich will es. Ich will es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich nehme keine Präsenz. Ich gehe hart zu machen. Big doll. Big nut. Mein Name ist auf der Motherf***ing Board. Ich will meine Name auf der Topf der Motherf***ing. Daher muss ich sagen, Winner. Vielleicht im nächsten Monat. F***er im nächsten Monat, Simeon. Was ist heute? Ich brauche eine Re-Trial. Heute ist nichts. Nur eine Bicke. Ich habe keine Payung. Ein Kind auf Vespucci Beach. Sein Name ist Esteban Jimenez. Ist er in der Gang? Wichtig, ich habe keine Angelegenheit. Ich habe keine Angelegenheit, als er die Fahrt baut. Wir haben Arbeit, um ... Ein Wettbewerb der Mauer. F***er du und komm. Das ist ein Bicke. 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 Und du bist immer mit dem Racken-Bicke? Das Land-Bicke-Bicke ist genug, um uns zu schießen. Ich habe niemals einen Bicke aus. Ich habe dich als eine Hairstylist-Type, Bicke. Aber jetzt ist es alles zu Ende. Wie geht es dir? Ich habe dich als eine Hairstylist-Type. Ich habe dich als eine Hairstylist-Type. Ich habe dich als eine Hairstylist-Type. Wir sind keine Hairstylist-Type. Wir sind keine Hairstylist-Type. In deinem Fall, ich bin nicht so sicher über das. Man, stehe auf, n****. Natürlich ist dieser Mann-Bicke real. Wer wird die Hairstylist-Type brauchen? Wer wird die Hairstylist-Type brauchen? Er hat nur ein Bicke auf diese Hairstylist-Type. 20 Gs? Mit einer 3 G-Node? Man, diese Hairstylist-Type muss sich trinkt. Man, diese ganze Setup-Type-Design für die Hairstylist-Type. All right, Mann. Wir gehen in quiet. In und aus. Kein Drama. Ich versuche, aber ich bin ein Lauf-Dramatisch-Bicke, Schöne, 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 in der Back-Type. Und du liebst mich für das, n****. Das ist richtig, Mann. Nothin' aber liebst, Mann. Das ist ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Es wird ein Schöne. Es wird ein Schöne, wenn wir den Bicke auf den Hügel und schreien alle diese Hairstylist-Type. Das ist wie es funktioniert, nicht? Du machst du ein Schöne für ein Schöne, entwickelst eine kleine Unbeziehung, und dann fragst du dich etwas über und überrascht. Du fall aus, Schöne, Schöne, und dann beginnst du wieder mit einem anderen Schöne. Wo die fache du das von hast? Das ist nicht mein Leben, dumme. Wie ist das Schöne mit der Icke? Von dem Weg, Markus oder so, du warst für ihn, und dann hat er was vor, oder? Das war anders. Das Schöne hat es vor. Ich will nicht mit meinem Schöne. Ich mag das Schöne. Es ist nur ein Schöne. Wir sind mehr gering, wir sind für uns. Das Schöne ist sinnvoll. im��iert sein. Das ist,... Das ist eine gute Bildung von Fools zu uns. Wir haben hier schon versucht, genau für uns zu gehen, oder? Der Bike sollte schon sein. einer des Lock-Uns hier. Das sollte sein, zu sein, mein Leben ist für dich, Schöne. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Wir sind nicht so, was ich? Erkennen wir die Ja, war ich was, was ich los. Die Dauberin. Ja, war's nicht so. W狩rein, war's nicht so. Man verletzt die Dosen nicht so. Ja, das ist wahr, ich muss. Ja, ich muss auf jeden Fall. Würfe der Dosen Das ist so, was ich? Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Ja, da werden wir mal anfangen. Kommt mal, lass uns rein, bis diese Füße zurückkommen. Es muss sein, das andere. Wenn das nicht... Das wird wahrscheinlich die letzte sein. So viel Glück wie wir immer haben. Aber da geht mir doch. Was ist das? Oh, das ist das. Was ist das? Ja, so krieg ich mal das Handy hier wieder rein. Das sollte nicht passieren. Das ist schon ganz schön. No habla espanol, motherfucker. We trapped down this alley. Get in behind that truck, homie. Motherfuckers on the scalp of the zombie. Shoot up that cannon. Bitches in our body. Now look what's it have gone and done. Follow me. Let's get through this. Somebody tell them this is a legal repossession. You make friends wherever your ass is going, nigga. Up there, to the right. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Man, you got feet with an ugly stick. Check that dough. They trying to mash on him. Get that car they trying to get out of here. More of them niggas. Get behind me. Man, fuck this. Shoot the gas, homie. Give a brother a hand here, man. Get your fucking hand. Get your fucking hand up. You damn it, motherfucker. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we got to get the fuck away from this shit. Man, we only came in for a bite. And that motherfucker is right there. Hey nigga, come here. We got your pink slip. May as well get this shit done. Man, this is fucking crazy. Oh, da ist der schöne Motorrad abgehauen. You know you're the designated. You crazy motherfucker. Why do we have to pop all of them here? You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more open than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Motherfucker's getting away from us. That's because he's sitting on the husk before the U-beginters right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. This punk get away, we're going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And who's fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game, just get on this shit. Yeah, damn. Damn. Man, you love him already. That's a monster fucking bike he riding, stupid. Pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. Shoot that motherfucker. Take the bike and meet me at the car wash round the way. I'm going to put the car on the way. Alright, I'll see you over there. Hey, DJ. 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 So. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, und dann bringen wir das Ding mal zurück zum Auftraggeber, würde ich sagen. So, man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath, you done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. Ja, da habt ihr wieder einen Einblick bekommen in die nächsten Missionen. Ja, die Anfangsmissionen sind eigentlich noch relativ einfach, würde ich sagen. Da geht nicht gerade so, aber später geht dann wirklich die Post richtig ab. So, ja, bestanden. Und da steht auch schon unser Auto, das ist sehr nett, dass er schon hier steht. Finde ich nicht schlecht. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn es wieder heißt Let's Play GTA 5. Und dann spielen wir unsere Singleplayer-Missionen weiter. Also, da kommen noch viele, viele schöne Videos, denke ich mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Matti. Ciao.